In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Neue Infos zum 2022er-Kalender, Stroll bekommt Strafe wegen Zwischenfall mit Gasly, Giovinazzi ohne Funk nach Runde 1 in Russland, Katar Grand Prix findet 2021 offiziell statt, Bottas Motorenwechsel in Russland erklärt. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Am 15. Oktober wird der Kalender für die kommende Saison öffentlich bekannt gemacht. Jetzt gibt es Infos, wie er aussehen könnte. Automotor & Sport berichtet, dass dieser Kalender-Entwurf 2022 in die Tat umgesetzt werden könnte. Es gibt 23 Rennen in 245 Tagen. Zuerst gibt es Ende Februar drei Testtage in Spanien und Mitte März drei Testtage in Bahrain. Ein Fragezeichen steht hinter dem China Grand Prix. Sollte dieser wieder ausfallen, dann soll Imola wieder als Ersatz-Grand Prix einspringen. Es gab auch Gerüchte, dass Frankreich aus dem Kalender fliegt und der Grand Prix von Imola dafür dauerhaft in den Kalender kommt. Aber das werden wir wohl erst Mitte Oktober erfahren. Auch Australien befindet sich wieder im Entwurf, obwohl der zweimal in Folge abgesagt werden musste. Fakt ist, dass der Rennkalender bereits am 20. November zu Ende sein könnte, was eigenartig früh ist. Es gibt sechs Doubleheader und sogar drei Tripleheader. Was haltet ihr vom Kalender-Entwurf für 2022? Schreibt es in die Kommentare. Lance Stroll bekam wegen seiner Aktion gegen Pierre Gasly in Russland eine Zeitstrafe von 10 Sekunden aufgebrummt plus zwei Strafpunkte. Zusammen addiert sind es jetzt acht bei ihm. Auch gegen Vettel hat er einen Fehler gemacht, denn er hatte ihn nicht gesehen. Hier die Worte der Stewards zum Vorfall gegen Gasly. Die Stewards nahmen zwar die Aussage des Fahrers von Wagen 18 zur Kenntnis, dass die Bedingungen extrem rutschig waren, zumal er auf alten, harten Reifen unterwegs war, stellten jedoch fest, dass es immer noch in der Verantwortung des Fahrers lag, dafür zu sorgen, dass er, nachdem er die Strecke aufgrund eben dieser Bedingungen verlassen hatte, bei der Wiedereinfahrt in die nächste Kurve angemessen fuhr und diese Bedingungen berücksichtigte, zumal sich in unmittelbarer Nähe zwei weitere Fahrzeuge befanden. Findet ihr die Strafe gegen Stroll gerecht? Zu hart? Oder geht das noch? Schreibt es in die Kommentare. Antonio Giovinazzi erlebte einen Russland-Gumpri ohne Funkverbindung zum Team. Er musste sich auf die Boxentafel verlassen, die nicht so ausführlich war, was sein Rennen schwieriger machte. Außerdem hatte er in Runde 1, Kurve 2 Kontakt mit Schumacher und verlor an Boden. Auch als der Regen eintrat, war er einer der letzten Fahrer, die zum Reifenwechsel reinkamen. Am Ende war es ein enttäuschender 18. Platz für den Italiener. Der Qatar-Gumpri in Doha wird vom 19. bis 21. November gefahren. Das wurde heute offiziell bestätigt. Auf der 5,380 Kilometer langen Strecke mit ihren 16 Kurven feiert die Formel 1 dann ihre Premiere. In den letzten Tagen hat die Rennstrecke die vier Inspektionen bestanden. Christian Horner war vor kurzem bei der Sendung Sport & Talk am Hangar 7 bei ServusTV und hat sich dort versehentlich verplappert. Der Moderator fragte den Red Bull-Team-Chef, ob man beim Rennkalender beim 21. November statt TVA, also to be announced, den Qatar-Gumpri hinschreiben könnte, worauf der Brite sagte, dass man es ab Mittwoch hinschreiben könnte. Was haltet ihr vom Qatar-Gumpri? Freut ihr euch auf ihn? Schreibt es in die Kommentare. Einige haben sich am Sonntag doch gewundert, warum Valtteri Bottas aufgrund eines erneuten Motorenwechsels eine 15-Plätze-Grid-Penalty bekam und noch vor Max Verstappen startete. Red Bull vermutete, dass Mercedes ein taktisches Manöver vorhatte, um den Niederländer zu bremsen. Laut Toto Wolf stimmt das aber gar nicht und er begründet auch warum. Mercedes habe ein paar Probleme mit der Zuverlässigkeit und der Motorwechsel war nötig, ansonsten wäre es zu einem Ausfall gekommen. Bereits nach dem Qualifying entschloss sich das Team, das Aggregat zu wechseln. Jetzt stellen sich bestimmt einige die Frage, ob Hamilton auch einen Motorwechsel zu befürchten hat. Beobachter rechnen mit einem Wechsel der Power-Unit und der dadurch resultierenden Grinchstrafe. Denn auch die Kundenteams blieben von den Motorenproblemen nicht verschont. Was glaubt ihr? Wann wird Hamilton den vierten Motor einbauen lassen bzw. wann oder wo wird er strafversetzt? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von iBase05 und er schreibt, Ich hoffe, das wird was mit Netflix. Ich als nicht zahlender Kunde habe diese Saison immer mit meinen Freunden im Discord die Formel 1 gucken müssen, weil die Sky bzw. F1 TV Pro Abo haben. Wäre schön, wenn das möglich wäre. Das wäre echt gut, aber ich glaube nicht so ganz daran, dass das in die Tat umgesetzt wird. Alles wird wohl so bleiben wie jetzt auch. Ach und übrigens, es gab in der Vergangenheit Gespräche mit Amazon über die Formel 1, aber mehr als ein Gerücht war das auch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.